Ich glaube, die hat gerade ihre Nase vorgerungen, als ich sie abgestrochen habe. Die fantastischen Vier umgebracht. Scheiße, was haben wir getan? Was war das, Alter? Hilfe! Das ist doch nur tot. Ich zieh' ihn raus. Scheiße. Ja, dann schieß doch mal. Habe ich doch gerade. Der in Prestige 5 Waffe? Dann... Keine Ahnung. Man sieht ja nicht, wen man getötet hat. Nein, das stimmt nicht. Dass du am Ende siehst, wen hast du getötet. Ja. Du siehst ja nicht, ob ich bloß nicht getötet habe. Mhm. So, jetzt bin ich gespannt, wie das Ding abgeht. Bei dem Ding handelt es sich um die Sparks LR, die wir am Run vorher erbeutet hatten. Wie, das zeige ich euch gleich. Es passt auch ganz gut, weil ich nämlich vergessen hatte, als ich aus der Pause im Stream zurückgekommen bin, mein Mikro zu aktivieren, wieder anzuschalten. Zum Glück hatte mich mein Streamer-Kollege Wasi darauf hingewiesen, sodass ich wenigstens noch den Schluss retten konnte. Den schauen wir uns jetzt an. Und danach geht's auch gleich mit dem eigentlichen Video weiter. So. Ich glaube, die wollen uns flankieren. Hat er. Ich hab einen. Komm, vorwärts. warte ich muss mich heilen schießt schießt das alter der ist hinter den kisten hinterm wagen der rettet rettet gerade sein kumpel menschen skimmt muss noch mal Ich hab ihn abgestochen. Wie er sich die Knarre geklaut hat. Ich knall sie ab und er nimmt sich das Zeug einfach. Ich hab ihn abgestochen. Ich hab ihn abgestochen. Ich hab ihn abgestochen. Ich hab ihn abgestochen. Was machst du denn du? Lad nach. Was ist das lustig genau? Was denn? Schuss ins blaue Volltreffer. Das letzte Mal wollte Eddie doch vom Zaun fahren. Ich glaube die hat gerade ihre Nase vorn rum als ich es abgestochen hab. Das ist ein Michael-Jackson-Kneider. Ich hab jetzt keine Silenced mehr. Ja klar, man sieht gerade sie genau dran weg, wenn sie jetzt ziehen. Direkt vor die Uhr wieder die ist. Hier ist nichts. Ne? Nein. So, wo wollen wir hin? Portrika. Sehr schön. Die Vier-Mann-Gang, Junge. Die fantastischen Vier umgebracht. Scheiße, was haben wir getan? Ah, ich hab meine Polone gar nicht abgeholt. Fällt mir gerade so ein. Dass das Inventor sich wieder ein bisschen füllt. Panic! Was? Ich brauche die Geponze. Achso, ah ok. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Wir müssen ja hier nochmal nachgucken ob er ist. Na gut, auch der Vetter, wenn der Vetter nicht mehr stampfen gehört. Ja. Schauen wir mal drüber ins andere Ecke. Was ist das? Ein bisschen. Oh, scheiße. Fliegenschlamm hat mich gesehen. Was ist das? Was ist das, Alter? Hilfe! Machst du das? Ja, eigentlich ist das fast gar nicht offen. Achso. Hm. Hast du irgendwo eine Midekipze? Hier drinnen? Nicht, glaube ich. In dem anderen hatte ich eins gesehen. Ja. Hat er einen Jäger geschossen oder was? Auf das Fass? Ja. Und wollte er dich in die Luft jagen damit? Warte mal. Hm. Ich höre nichts. Meuchler verbrannt. Hallo, wo ist das hier? Ah, da unten. Okay. Geht uns nichts an. Wollen wir rein in die Segemühle? Ja. Wo schießen die denn? Wollen wir mal gucken. Ellis Form. Terror, Viehzucht würde ich sagen. Also ich würde fast sagen, die Viehzucht. Ah, jetzt sind beide. Hier, Richtung auf alle wille. Oh, Alter. Ich bin jetzt erschrocken. Da unten ist er Pferd. Bitte erschießen. Okay. Oh. Oh, hart. Da ist er gepanzert. Da ist er gepanzert. Boop. Rechts. Auf der anderen Straße. Liefer. Liebenschlumpel. Da vorne Raben. Ui. Oh, da ist einer draufgegangen. Denk dran, du hast einen Sniper. Ja, ja. Oh, ich hab ihn gesehen. Da ist er noch tot. Wir ziehen er raus. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Das tut mir. Das ist wieder aufgegangen. Die ist wieder aufgegangen. Die, die du draußen erschossen hast. Was? Doch. Wir haben gerade aufgestiegen. Da liegt er noch. Da ist gerade noch gestanden. Ich hole mich gleich da wüsst. Ich hole mich gleich da wüsst. Scheiße. Ja, dann schieß doch mal. Habe ich doch gerade. Jetzt läuft er noch rechts. In dem Gebäude. Hier oben. Sehr schön. Oh, sein Kumpel ist noch drin. Oh, Scheiße. Der hat noch nicht reingepresst. Wo ist er? Da steht hinter der Tür. Such mal was. Na unten. Da habe ich noch woanders gerade laufen. Oh, da oben ist ein Fenster. Da habe ich noch eine Wüste. Okay. Ich bin voll. Ach Mist, hier war ein Medipack. Also. Hast du Dynamit? Oh, das habe ich noch nicht mehr. Hast du es zum Fenster noch reingeschmissen? Scheiße. Mist. Mich hat der noch erschossen, Alter. Der war unten, glaube ich. Ah, nein. Rechts, links, links, der die Tür zugemacht. Der steht links, schiess. Warte, geht da in die Ecke. Jetzt muss ich mal gucken, wo der mich erschossen hat, von wo, dort hat er joggt, scheiße, dort war ich, der dort joggt, Mist, aber du hättest auch mit deiner Knarre locker durch die Tür schießen können. Musst du nicht oft machen, der war doch dahinter. Ja, aber ich verstehe nicht aus der Distanz, dass du quasi den nicht knullst, weil das war auch nicht. Ja, jetzt habe ich erstmal die Windfield frei gespielt. 900 EP, aber fett. Ja, aber ich führe die Pfe für den Jäger, geil. Ja. Ja. Ja, also Pech. Ja. Ja. Ich bin ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017